Servus zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fandong und zwar Broken Wings. Wir sind in der District Union Arena und da müssen wir uns um Mike Doc Valentino kümmern, um Lauren Fonk zu retten. So soll jedenfalls die Mission lauten und wir haben uns schon mal durch die ersten Wellen, durch die ersten Verteidigungslinien gekämpft. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns Doc schnappen, denn der soll uns dann endlich sagen, wo wir Lauren Fonk denn bekommen. Okay, wir sind entspannt, wir sind locker drauf und wir sind bereit, da hinten in das nächste Feuergefecht zu gehen. Also auf geht's, Ranger. Aber immer mit Vorsicht. Immer vorsichtig. Da drin springen die Jungs rum. Okay. Wir werden uns langsam nach vorne kämpfen. Nichts übertreiben, nichts überhasten. So, okay. Jetzt weiß ich auch wieder, was es ist. Dieses komische Billardzimmer, oder? Ja, dann werden wir erstmal hier was hinschmeißen. Dann sollen die sich ein bisschen hier befreunden, sozusagen. Wenn wir die Granate da vorkriegen... Oh, ja. Dann geht die Party los. So, dann werden wir mal das große Geschütz nehmen. Und hier mal ein bisschen reinrotzen. Oh, ja. Das ist gut. Das ist gut. Das könnte jetzt nicht ganz so gut sein. Sehr schön. So, das brauchen wir nicht hier in der Luft. Ist noch was unterwegs? Da ist noch was unterwegs. Danke für die Info. Wäre ich selbst fast nicht drauf gekommen. So, jetzt wie sieht's aus? Noch nicht clear, ne? Die ist noch nicht clear, oder? So, den hier räumen wir weg. Und dann werden wir uns langsam vorarbeiten. Langsam vorarbeiten. So, wie sieht's denn aus? Oh, 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 oh. Ach, wusste ich's. Wusste ich doch, dass da noch jemand kommt. Der nicht zur Party eingeladen war. So, was ist los? Wir gehen... Ach, da ist er doch. Oh, hier ist ein bisschen arg undurchsichtig hier. Man sieht überhaupt nicht, wo man hinschießt. Aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass man jemand Falsches trägt. Okay. Immer noch nicht genug. Oder? Ach, wusste ich's doch. So, da hinten treibt sich noch einer rum. Komm, komm, komm. Klicke ich den ins Visier? Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen vorarbeiten. So, da ist noch einer. Sperrfeuer. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Da kommt was. Da hab ich kein gutes Gefühl. So, das Geschütz ist bam, bam. Ach, das ist die Geschichte jetzt. Ach, da werden die bestimmt jetzt alle hier rausgesprungen kommen. Ei, 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 ei. Das wird eng. Da wird's jetzt Ärger geben. Oder ist es dann erst oben? Ja, es sieht so aus, als wenn's erst oben wäre. Oder wie, oder was? Bin jetzt grad ein bisschen irritiert, aber es ist alles schon offen. Also glaub ich nicht, dass da jetzt was passiert. Ja, ja, da sind sie. So, ist da schon einer von denen? Nein. So, dann nehmen wir hier mal die... Ja, okay. So, da gebe ich euch ein bisschen Sperrfeuer, Freunde. So, dann kann nämlich die Drohne sich um euch kümmern. So, wusste ich doch, dass auf der linken Seite noch einer rumspringt. So, was ist? Ah, da drüben ist noch einer. Kommt da jetzt noch einer raus, oder hab ich die schon erwischt? Ja, okay. Das scheint's gewesen zu sein. Nee, ich glaub natürlich nicht. Das war's natürlich nicht. Oh, kann das sein? Ist leer? Ich fass es nicht. Das Teil ist leer? So, dann geh ich aber erstmal aufmunitionieren. Ach, das ist erst oben. Ei, 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 ei. Können wir denn aufmunitionieren? So, da hinten, oder? So, irgendwas hör ich da. Das ist über uns, ne? So, hier ist nichts. Ei, 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 ei. Da ist tatsächlich das MG leer. Wer hätt's denn gedacht? Ups, da lauf ich direkt ins Feuer. Zeig mir die Ziele. Die Wicht, die Schiffen, die Schiffen, die Schiffen. Die Ziele halten nicht aus. Oh, nein. Ich sag ja, hier halten sie aus. Scheiße, runter. Und so rein. So, dann machen wir erstmal den weg. Dachte ich. Ui, 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 ui. Ja, der hat aber auch einen Dickschädel. Ah, durch diese Tür kommst du nicht. Hier kommst du nicht vorbei. Hier kommst du nicht vorbei. không? Ja. Ah, fuck, der muss weg. Der macht uns Probleme. Der macht uns Probleme. Ah, überall fehlt immer eins. So, den haben wir weg. Ja, okay. Und da müsste jetzt einer hochkommen und dann ist er weg. Okay, sehr gut. Mann, 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 Mann. Oh, Scheibe. Jetzt wird's wieder eng. So, wie viel haben wir noch? Ach du Schande. Da hat er sich tatsächlich doch hinter mich durchgebrückt. So, wie sieht's jetzt aus? Sind wir jetzt hier durch? Boah. So, Raketen haben wir genügend. Da können wir eigentlich... Die müssen wir viel mehr einsetzen. So, okay. Jetzt habe ich wieder ein bisschen den Faden verloren. Wo müssen wir denn jetzt lang? Da sind wir doch jetzt gerade... Ah, nein, da sind wir eben nicht hergekommen. Okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall und können wieder ein bisschen einsammeln. Hä, wo sind sie denn? Haben wir schon alle weggesammelt? Ah ja. So, die ich nehme mir auf. Da ist noch Munition. Drieben. Drieben. Oh ja, ich muss in Deckung. Ich muss in Deckung. Und dann werfen wir mal hier... Das Ding hier nach vorne. Aha, okay. Ja, die sind hartnäckig, die Jungs. Da ist jede Menge Material unterwegs, das uns die Arbeit schwer macht. Da kommen wieder welche. Gleich mal hier auffüllen. So, aber jetzt ist, glaube ich, erstmal wieder Ruhe hier. Zack. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. So, wie sieht's denn aus? 139. Weil ich hoffe doch nicht, dass wir bis unten durchrennen müssen. Okay. So, ist da jetzt unser Dock dabei? Nein, gell? Natürlich nicht. Jetzt gehen wir mal lieber ein bisschen nach hinten. Und schauen mal, was jetzt da vorne noch alles kommt. So, Baby, burn. Da kommt noch einer. Ja, der hat's nicht geschafft. Er hat's nicht geschafft. Das sagen viele, die mit der Bahn fahren wollen. So, das ist alles noch nicht der gute Dock. Das ist noch nicht der gute Dock. Okay, was haben wir hier noch? Irgendein Scharfschützer schießt hier noch. Hm. Ach, da hinten. Ach, da ist er doch, der Dock. Okay, dann wissen wir Bescheid. Okay, dann mal erstmal wieder raus sortieren. Gut. Ups. Ja, das dachte ich mir. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal das andere Ding hier loswerden. Der Dock hier braucht auf jeden Fall, naja, da haben wir einen, der wohl, naja, okay, alles klar. So, erstmal alles wegräumen, was hier nicht her, was nicht gebraucht wird. So, und dann kümmern wir uns um Dock alleine. Was ist da? Da liegt irgendwas? Ich weiß es nicht. Ah, sind immer noch welche da. So, für den Dock hätte ich gerne ein paar so Dinger. Der ist weg, sehr gut. Ah, Dock ist hartnäckig, das merke ich schon. Da brauchen wir unsere Drohne, ohne die geht's gar nicht. Die müssen wir hier auf den Kollegen ansetzen. Ach, da sind noch mehr unterwegs. Ah, die Drohne kommt nicht rein, oder wie oder was. So, Dock, dich haben wir. Sehr schön. Sehr schön. Reisenummer. So, wir sammeln hier ein, was es einzusammeln gibt. Sehr gut. Hallo? So, jetzt, äh... Das ist da, was haben wir noch, was haben wir noch, haben wir hier noch was? Nein, hier haben wir nichts mehr. Sehr gut, ein Nebeneinsatz entdeckt. Aber das, äh... Ah, ja klar, natürlich mit Lauren Fong treffen. Das machen wir, das werden wir sogar gerne machen. Okay, haben wir jetzt hier alles? Ich, ach, ja, wir werden noch mal ein bisschen aufmunitionieren. Stopp. Okay, da haben wir alles. So, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Was haben wir denn hier? Irgendwo haben wir einen Nebeneinsatz. Natürlich, klar, hier uns mit ihr treffen. Das werden wir tun. Wir fliegen, wir eilen. Dann bin ich mal gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Und jetzt, wie sie sich rechtfertigt. Jo. Aha, da ist sie doch schon. Okay, das war's. Äh, okay. Sie halten die Fischfarm am Laufen. Das ist schön, das freut mich. Und das war's jetzt. Das ist die Rechtfertigung. Wir halten die Fischfarm am Laufen. Naja, okay. Wenn's denn nun so sein soll. Wir schauen noch mal ganz kurz. Gibt's sonst noch irgendwas? Ach, da ist was. Was ist da? Ach, ja klar, der Pilot. Logisch, logisch. Projekte. So, da haben wir die Fischfarm am Laufen gehalten. Und jetzt fehlt uns ja eigentlich nur noch eine. Was ist denn da? Spezialisierungen. Projekte. Okay, alles klar. Nichtsdestoweniger der Friseur. Okay, ist alles da. Sehr schön, sehr schön. Also, die Fahndung. Manning National Zoo. Oje, oje, oje. Das war doch irgendwo da oben. Ah, da müssen wir dann hin als nächstes. Ja, Freunde. Das war's dann. Erstmal wieder für diese Folge. Jo. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir werden uns natürlich auch noch um die fünfte Zielperson kümmern und sie aus dem Zoo befreien. Natürlich, wir haben ja sonst nichts anderes vor. Dafür sind wir ja schließlich hier. Wir recken und strecken uns noch einmal. Und ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war's erstmal mit The Division 2 und Broken Wins, die Fahndung. Wir gehen sozusagen jetzt auf die Zielgerade. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Wenn euch das Ganze natürlich hier gefallen hat, würde mich natürlich ein Abo sehr, sehr freuen. Ein Kommentar ist natürlich auch immer gerne gesehen. Und ein Like wäre natürlich auch herzallerliebst. Ich sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio. Euer Baden Farmer. Ich sage Ihnen, 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 ich Vielen Dank.